... negativen Bewegungsablauf zu entgegen. Meine Damen und Herren, einen kleinen Zwischenapplaus für der Herr Stuhlberg und dem Führer war Kudor, der hier einen selben schönen Wagen zeigt. Wir haben vorhin das Pferd Traub gesehen, wir haben gesehen, dass das Pferd im Traub eine etwas flackere Vorhandbewegung hatte, als er es jetzt in Kölk hat. Woher entsteht diese etwas höhere Aktion vom Pferd im Kölk? Durch die vermehrte Gewichtsaufnahme durch die Hinterhand ist die Vorhand beflügelt. Die Vorhand erregt viel mehr die Wegen, als sie es im Traub gemacht hat und kann sich dadurch in eine viel höhere und rundere Bewegung entfalten, als es vorhin im Traub war. Und ein gut vorbereitetes Pferd, für den Nuno ist jetzt hier, kann selbst in diesen engen Raum Tempo wechseln gehen, unterschiedliche Rahmenerweiterungen, dass ein mehr Raum unter sich bringt, wie auch die Schritte wieder verkürzen und selbst innerhalb dieser Langverkürzung mal mit mehr Ausdruck oder weniger Ausdruck gehen, sodass es so ein Pferd möglich ist, den einmal in der eine Art zu reiten, wenn man zum Beispiel ein Donnie reitet, und einmal viel entspannter, lockerer Zügel, wenn man mal im Gelände einfach Spaß mit seinem Pferd haben will. Die Haltung muss nicht die gleiche sein, wie ihr seht. Der Nachdenkende Zügel, Erweiterung und Haar, das Pferd nimmt die Nase etwas weiter vor, lässt das Gedick etwas tiefer fallen, ohne Fließ, meine Damen und Herren, der Rad ist jetzt bequem. Das ist das, was uns an den Gangpferden fasziniert. Der Zuhreiten ist nicht ein Ziel, den wir verfolgen, sondern eine Notwendigkeit, um unsere Gangpferde gerecht zu werden. Da haben wir uns dazu entschieden, uns in der Zuhreiterei weiterzubilden, sodass es uns möglich ist, unsere Gangpferde lange Jahre gesund und in eine biomechanisch korrekte Form zu reiten.